Kapitel 28 Kapitel 29 Abschnitt 6 Die Alternative zu Angstträumen Was ist ein Gefühl der Krankheit anderes als ein Gefühl der Begrenzung, als ein Gefühl der Abspaltung und Lostrennung, ein Leerraum, der zwischen Euch und dem wahrgenommen wird, was jetzt als Gesundheit gesehen wird? Und so wird das Gute als Außen gesehen, das Böse innen. So trennt Krankheit das Selbst vom Guten ab und behält das Böse innen. Gott ist die Alternative zu Angstträumen. Wer an diesen Teil hat, kann niemals an ihm teilhaben. Wer aber seinen Geist aus der Teilnahme an ihnen zurückzieht, hat Teil an ihm. Es gibt keine andere Wahl. Es kann gar nichts existieren, wenn Ihr es nicht teilt. Und Ihr existiert, weil Gott seinen Willen mit Euch teilte, damit seine Schöpfung erschaffen möge. Böse Träume von Hass und Bosheit, von Bitterkeit und Tod, von Sünde und von Leid, von Schmerz und von Verlust zu teilen, das ist es, was Sie wirklich macht. Werden Sie nicht geteilt, so werden Sie als bedeutungslos wahrgenommen. Von Ihnen ist die Angst gewichen, weil Ihr ihnen Eure Unterstützung nicht gegeben habt. Und wo die Angst gewichen ist, dahin muss die Liebe kommen, weil es nur diese Alternativen gibt. Wo die eine erscheint, verschwindet die andere. Und die, welche Ihr teilt, wird zu der einzigen, die Ihr habt. Ihr habt diejenige, die Ihr akzeptiert, weil es die einzige ist, die Ihr zu haben wünscht. Ihr teilt keine bösen Träume, wenn Ihr dem Träumer vergebt und wahrnehmt, dass er nicht der Traum ist, den er gemacht hat. Somit kann er kein Teil des Euren sein, von dem Ihr gemeinsam frei seid. Die Vergebung trennt den Träumer von dem bösen Traum und befreit ihn damit. Wenn Du einen bösen Traum mit einem anderen teilst, erinnere Dich daran, dass Du glauben wirst, Du seist der Traum, den Du teilst. Und da Du Angst vor ihm hast, wirst Du Deine eigene Identität nicht erkennen wollen, weil Du glaubst, sie sei furchterregend. Und Du wirst Dein Selbst verleugnen und auf einem fremden Boden wandeln, den Dein Schöpfer nicht gemacht hat und wo Du ein Etwas zu sein scheinst, das Du nicht bist. Du wirst Krieg gegen Dein Selbst führen, das Dein Feind zu sein scheint, und wirst Deinen Bruder als einen Teil dessen angreifen, was Du hast. Es gibt keinen Kompromiss. Du bist Dein Selbst oder eine Illusion. Was kann zwischen Illusion und Wahrheit sein? Ein Mittelfeld, wo Du ein Ding sein kannst, das Du nicht bist, muss ein Traum und kann nicht die Wahrheit sein. Du hast Dir einen kleinen Graben zwischen Illusionen und der Wahrheit als jenen Ort erdacht, wo Deine ganze Sicherheit liegt und wo Dein Selbst durch das, was Du gemacht hast, sicher versteckt ist. Hier wird eine Welt begründet, die krank ist, und diese Welt nehmen die Augen des Körpers wahr. Hier sind die Geräusche, die er hört, die Stimmen, die zu hören, seine Ohren gemacht wurden. Doch Anblicke und Geräusche, die der Körper wahrnehmen kann, sind bedeutungslos. Er kann nicht sehen und nicht hören. Er weiß nicht, was sehen ist, wozu hören dient. Er ist so wenig fähig wahrzunehmen, wie er urteilen, verstehen oder erkennen kann. Seine Augen sind blind, seine Ohren sind taub. Er kann nicht denken und somit kann er keine Wirkungen haben. Was gibt es, dass Gott schuf, auf das es krank sei? Und was, dass er nicht schuf, kann es sein? Lass Deine Augen keinen Traum erblicken und Deine Ohren nicht für Illusionen zeugen. Sie wurden gemacht, um auf eine Welt zu schauen, die nicht vorhanden ist, um die Stimmen zu hören, die keinen Laut erzeugen können. Doch gibt es andere Geräusche und andere Anblicke, die gesehen, gehört und verstanden werden können. Denn die Augen und die Ohren sind Sinne ohne Sinn und Verstand, und was sie sehen oder hören, melden sie nur. Nicht sie sind es, die hören oder sehen, sondern du, der du jedes verzackte Bruchstück, jeden Fetzen ohne Sinn und jeden fadenscheinigen Beweis zusammenfügst und daraus einen Zeugen für die Welt machst, die du haben willst. Lass die Ohren des Körpers oder die Augen diese unzähligen Fragmente nicht wahrnehmen, die in dem Graben, den du dir eingebildet hast, gesehen werden und ihren Macher davon überzeugen, dass seine Einbildungen wirklich wären. Die Schöpfung beweist die Wirklichkeit, weil sie die Funktion teilt, die alle Schöpfung teilt. Sie ist nicht aus kleinen Stückchen Glas gemacht, aus einem Holzstück, aus einem Faden vielleicht oder Zweien, die allesamt verbunden werden, um ihre Wahrheit zu bezeugen. Davon hängt die Wirklichkeit nicht ab. Da ist kein Graben, der die Wahrheit von den Träumen und von Illusionen trennt. Die Wahrheit hat an keinem Ort, zu keiner Zeit Raum für sie gelassen. Denn sie füllt jeden Ort und jede Zeit und macht sie gänzlich unteilbar. Ihr, die ihr glaubt, es gäbe zwischen euch einen kleinen Graben, ihr seht nicht, dass ihr gerade hier Gefangene in einer Welt seid, die wahrgenommen wird, als würde sie hier existieren. Die Welt, die ihr seht, existiert nicht, weil der Ort, an dem ihr sie wahrnehmt, nicht wirklich ist. Der Graben ist sorgsam verhüllt in Nebel und trübe Bilder steigen auf, um ihn mit fagen, unbestimmten Formen und sich verändernden Gestalten zu erfüllen, auf ewig ungewiß und schemenhaft. Doch in dem Graben ist gar nichts. Da gibt es keinerlei erschreckende Geheimnisse und keine finsteren Gräber, wo Angst und Schrecken aus dem Gebein des Todes steigen. Schaut den kleinen Graben an und ihr erblickt die Unschuld und die Sündenlehre, die ihr in euch sehen werdet, wenn ihr die Angst verloren habt, die Liebe wiederzuerkennen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020